Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Map mit dem Spooky X1 Also dem Nico Jawoll Und er hockt dieses Mal nicht bei mir, sondern bei sie zu Hause Endlich an meinem PC Und wir spielen die Map de Parcours Door Door Link ist in der Beschreibung Und jetzt lesen wir erstmal die Regeln vor und dann beginnen wir auch schon, oder? Und du darfst die Regeln vor Lesen, wie du magst Okay, also Play and Peace Wir sollen dann friedlich spielen Don't break any blocks Unless told to Es sollen keine Blöcke zerstören, ist bei Adventure Maps Alter Klar Don't place any blocks Ist eigentlich auch immer klar No cheating Ist das offensichtlichste Halt die Presse Was? Jetzt komm her Komm her Ich mach dich fertig Oh, Spaß Okay, jetzt ist gut Jetzt werden wir uns trollen Ja Geh in deine Ecke Okay, never Press lever to start Und wir sollen immer sprinten und schon Sprinten und springen Das ist das Wichtigste auf dieser Map Spring Jumping is important Ja, ist wichtig Also Cheetah Raum Da willst du rein, oder? Ja, immer mal jetzt mehr Play it Nicht Ja, ich bin echt richtig Und da Wow Oh, geil Der Raum Der Raum Der Raum sieht cool aus So Wir haben Eigentlich haben wir heute Mittag schon mal eine Adventure Map aufgenommen Aber die Adventure Map war langweilig Ja Und vor allem echt labert Da war so viel labern Das hat mich dann irgendwann angekotzt Weil man dann immer gestorben ist Halt war Fertig Mach ich aber langsam Als erst mal reinkomme Ja, ja Dann steht Mittag schon mit Adventure Map spiel Scheiße Ha, ich darf den Checkpoint benutzen Und du auch gleich Ha, ich auch Ähm, du weißt wie Doppelschaum geht, oder? Ach, fick dich, du machst es jetzt nicht zu, oder? Lass es offen, bitte lass es auf Ich hab eigentlich gerade drauf gedrückt Sollte von dem her Alter Den darfst du nicht benutzen? Ich war da Hey, da geht gar nicht mehr zu Ja, aber da geht nicht mehr zu Geil So Lol, warte mal Kann man nicht da gerade hingehen? Was denn? Ähm Boah, Eckjump Oh, okay Da musst du dann Ja, ich springe auf die rechte, genau Ja Oh, nee, Eckjump Nein! Nein, da hab ich nicht Ich hab nicht gesprintet Ja, Eckjump ist ein bisschen übel Ablöschen geschafft, jawohl Nein! Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Ich weiß es nicht Oh Mann Aber wenigstens gibt es hier Checkpoints Das finde ich ziemlich angeneh Das ist Schubbeln nicht schlecht, ja Warte mal Kann man auch so machen, oder? Man kann direkt auf den anderen springen Oh, da hab ich nicht gesprintet Larry So, wir haben uns gedacht Wir haben jetzt echt mal Bock auf eine Adventure Map Und zocken wir jetzt einfach mal gemeinsam, gell? Nein! Und der versagt Ah, glücklich Und die Adventure Map Bis jetzt Keine Ahnung Wir können uns noch Keinen Eindruck davon verschaffen Ja Jetzt sieht sie schon mal sehr aufwendig aus eigentlich Ah Oh ja, vor allem weil wir hier nicht gespawnt sind, mussten wir erstmal durch die halbe Map fliegen Ja Da steht sie fliegen Ja Und Und ich bin da Alter So, aber jetzt wird's Et No, da bin ich nicht gesprintet Fick dich doch Ja, ich darf von Checkpoint Ja, aber von ganz oben Haha Das heißt, ich darf den Checkpoint jetzt benuttern Hm So Alter, meine Nase, die tut grad irgendwie weh Boah, das ist eklafft So Und grad hat's gelackt irgendwie Ehrlich bei mir nicht Oh, scheiße, meine Nase Ohne Spaß, die tut grad irgendwie weh Aus irgendwelchen scheiß Alter, was ist denn das? Weiß ich nicht, du bist halt unfähig Oh, da waren Steine im Weg Alter Okay, da ist ein Das ist ein bisschen fies Ja, nicht runterfliegen So, da kann man hoch Haha Die Adventure Map gefällt mir nicht Du bist halt schlecht Alter, jetzt hol ich's nicht mal was den Checkpoint raus Du bist halt ein Noob, da kann man nicht dran bezweifeln Ah, man Ja, ich hab's fast geschafft Ah, das gibt's jetzt nicht Ja So Ich bin fast ganz oben, gell Echt? Ohja Hammer Boah, die Adventure Map ist echt einfach Hehe Bis jetzt Bis jetzt Oh, man findet ich hab's geschafft Meine Güte, ehrlich Komm mir Komm mir hier wieder So, der hat den Checkpoint rein Nein So, ich bin tot Hint der Grund zu hart Hint der Grund zu hart Hint der Grund zu hart Scheiße, wo bist du eigentlich Du bist Noob Hä, ich bin da Zweite Checkpoint Noob Noob So, wo muss ich lang, da muss ich lang Ja Bah, da bin ich, da hab ich versagt bei dem Sprung Das ist nicht gerade einfach Das ist nicht gerade einfach Ne, da hab ich die versagt Hä Hä, wo hab ich versagt doch, hab ich bei dem versagt Boah, da kommen jetzt echt so immer solche scheiß Sprünge Boah, geschafft Ja Boah, what the heck Nein, da kommt noch mal so ein Sprung Badebum So, ich hab's gleich geschafft Ehrlich Das nähe ich Jetzt nicht versagen Boah, ich hab's geschafft Schon da den Checkpoint, warte weiter Wer ist ganz oben Boah, what the hell, was ist das für ein geiler Raum In case you got hungry Ne, wir werden sicherlich nicht hungrig So Okay, dann geht's weiter Ich komm mal zu dir runter Nein Null Oh, Lack Ja, ach Haha Bist du gestorben? Ne Aber fast Schau dir noch nicht an Der kann nix, der Typ Der kann nix Ja, hättest du wohl gern Ich könnte nicht jetzt schlagen, darf ich aber nicht Weil ich die Challenge schon geschafft habe Wir machen jetzt die Regelung Wenn einer die Challenge geschafft hat, darf er den anderen nicht mehr behindern Gern Aber zuschauen darf man Ja, zuschauen auf jeden Fall Guck doch jetzt da hoch Ähm, da musst du ziemlich spät abspringen Okay Also ziemlich, ziemlich spät Ja Nein Ne Ne Du warst es Gibst du Ich war's gar nicht, wenn ich mich warst Wirklich Mal schauen, ob ich den schaffe, den schaffe ich locker Der ist ja echt nicht schwer Du musst ganz, ganz spät abspringen Alter Ich finde den anderen hier schwieriger Oh, den hab ich nicht geschafft Ich find halt ein Nubino Ich weiß nicht, jetzt krieg ich Schaden Oh Du musst halt atmen Ich kann nicht atmen unter Wasser Ja, außerhalb Alter 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 Bist du schlecht Mhm Da sieht man mal im ersten Raum versagt er schon kläglich Mhm Du darfst die Challenger aufgeben, wenn du möchtest Ah, aber so bin ich jetzt noch wieder mit Ah, mal schauen Jetzt zumindest noch nicht Oh ja Scheiße, da hab ich den letzten Sprung versaut Nein Lala, kommen wir schon hinzu Ja Schlecht Du musst halt ganz spät abspringen Hey, baby gosh Schaffschnitt Wow Oh, was ist das? Und? Du darfst nie auf Leertasche drauf bleiben Alter, Alter Scheiße Und Shift ist dein bester Freund Äh, Shift ist dein Freund und Helfer Ja Pedo Pedo Oh Oh, mach ich den? Oh, was? Mach ich den? Ich klemfisch, was geht? Ich troll dich jetzt, glaub ich Alter Lass das trollen sein Was hast du gemacht? Das geht echt zum Teil Alter Bleib weg mit Screepern Screepern Ja Was gibt's denn hier? Loha Kann man doch alles nicht Was brauchst du? Was brauchst du? Hahaha Ah So, da zum troller Oh ja, was gibt's hier noch? Oh Oh Das war das? Das war ein Erfahrungsflächchen Alter Haha, da hab ich ihn getrollt Haha, da hab ich ihn getrollt Der Sprung ist ein bisschen schwieriger Aber den hab ich gemeistert Hehehe Ja Ja Der Meister Der Meister der Adventure, weil ich weiß Mhm Ich weiß, dankeschön Ja, scheiß Fledermuss, was zieht durch Loll, warum schaffe ich den letzten Sprung nicht mehr? Ist da irgendwie schwierig Aber lass dir ein bisschen Zeit Warum schaffe ich den letzten Sprung nicht mehr? Ah lol Da muss man mit Shift arbeiten Ja, muss man mit Shift arbeiten Also bei der Leiter musst du ganz oben mit Shift arbeiten Mhm Ja, nicht vergessen, gell? Du musst schon weiterkommen Ja, wenn du da hinkommst Haha Ach herrlich Juhu Das Minecraft, wenn die anfängt zu lachen Dann lach ich Ah halt, wow Wow Boom Okay, der Sprung geht jetzt eigentlich, wenn man einmal macht Ja, das geht Aber der hier ist ein bisschen schwieriger Ja Oh, Fail Der ist echt ein bisschen schwieriger Da musst du Ich mit Shift auf Klaas auf Ähm Ja, aber du musst loslassen, wir gehen Ja, nein Ob ich dann immer noch hinten runter falle, wenn ich schiff falle Nee, nee, da nicht Da kannst grad durchlaufen Haaaaaaah Ach herrlich Schaut euch, ich schau ihn euch an Da unten Lol Ooooooh 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 ich weiß kein pferdrank gar nichts glaube ich denn hallo hallo stirbt und die und die leben da unten muss ich töten stirbt geschafft geschafft hatte okay das muss mir anschauen hau rein da musst du warte weiter rechts genau da und da muss aufpassen da kann ich runterfliegen was darüber er hatte muss rüber was aber auf der muss dann wenn du drauf beschiff drücke sofort sonst wird es nichts und ziemlich spät abdrücken jawohl ja nico das schaffst du war da war gut und jetzt gerade darüber heute schützen meine hände ich merks nicht drüber laufen und immer schön mit schiff arbeiten aber nicht während dem springen geschäft und wenn du runter fliegst dann darf ich dich für immer trollen ein tränkchen tränkchen ja und da musst du mit schiff arbeiten also wenn du sofort an die leider mit schiff jawohl und jetzt kann ja wohl ja ja wohl wir haben es geschafft ich habe es ehrlich geschaffen und du nicht schon wenn er dich das sind den ganz an no one knows why this mine was abon abonnent und er bin ich runter geflogen some say that it floed floed it drowning all the workers whatever evidence of that is gone find and pull the lever also ja heint it's at the top over the door der du die kurs 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 das heißt wir brauchen den liefer und der ist da oben okay und da geht er natürlich vor den städte tüter so scheiße ich konnte mir hier weiter ja muss schon ja mit dem stein über kopf viel spaß ja das ist richtig jawohl nein oder habe ich eine fackel zerstört nein nein scheiße aber da kommt man hoch aber er nicht er kommt lol ist manche ich weiß nicht was ich da mache ich mache irgendwie scheiße ich komme nicht mehr weg doch ich war gerade verwirrt naja das kann gut sein so muss man lang da muss man lang nein da bin ich nicht gesprungen ich muss sagen richtig muss sagen die map ist irgendwie bis jetzt ziemlich chillig und ich krieg's nicht hin du bist bestimmt voll weit schon oder ja okay dann schmeiß ich dich gleich runter ich weiß nicht wo ich nicht muss das weiß ich mal wie bist du da hoch keep going hey hey wo ist das nein wir brauchen den liefer warte mal keep going